Ich wollte mir auf jeden Fall noch die Memes angucken. Wo kam was Gutes online, Chat? Kein Konzept bestimmt, oder? Komm, wir gucken beide Chat, wir gucken beide. Inscope und Elenas Hotelgeschichten. Hm, alright, wir gehen rein, let's go. Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch, ich hab nur mit... Mh, Mh. Danny hat einen kleinen Kork, er ist wirklich riesig. Warum ist er klein und dann wird's nicht riesig? Haha, true. Digga, wenn das jemand über meinen Kork machen würde, würde dann seinen Kork vielleicht ein bisschen verwöhnen. Imagine so, halt so die Moms von den beiden sehen ja auch diese Streams und so. Was denkt sich Danny's Mom? Danny ist ja so seit einem, ich sag mal so seit einem halben Jahr schon so ein bisschen im Hype. Also was denkt sich Danny's Mom? Einfach so. Also wollen wir mal so sagen. Es könnte sein, dass ich an dem Finger eventuell eine kleine offene Wunde hatte, aber es nicht gemerkt habe und zufälligerweise einem weiblichen Wesen einen Arschbohrer verteilt habe. Mh. Wenn sie nicht sauber war, entzündet sich das dann, habe ich gehört. Und auf einmal, Bruder, habe ich so einen entzündeten Finger gehabt. Sie war nicht sauber verheckt. Hahaha. Das kann jetzt auch niemandem erzählen, oder behalte das für euch. Okay. Finnland! Aaaah. Das ist doch Island, oder nicht, Chad? Er ist doch Island, oder? Aaaah. Brr. Ey, keine Stunde. Eie. Der intelligente, internationale Boss. Let's go. Das stimmt, sagt er einfach, oder sagt er noch nichts? Ich jetzt auch. Achtung. Boah, ich habe mich schon erschrocken, Mann. Oh mein Gott. Ich habe mich nur, ich habe nur den Ball gesehen, habe ich erschrocken, Chad. Ich habe nur den Ball gesehen, habe ich erschrocken. Achtung. Twitch ist, glaube ich, obwohl viel mehr Leute Englisch, Spanisch, Portugiesisch sprechen, ist Twitch, glaube ich, das zweitstärkste Land nach, also, oder Sprache nach Englisch in Twitch. Ich schreibe mich wieder, wie der Sixhead einfach. Ist das sa... Was macht Nova da gerade? Was macht Nova da gerade? Die Nasenlöcher. Chat. Vorhin hat sie schon geschrieben, Kuss von Nova. Ich weiß, das ist die Dame mit dem Ding, mit dem Katzenheadset. Jetzt möchte sie Wars umzocken. Ihr könnt gerne rübergehen und sagen, vielen Dank, aber nicht mehr in diesem Schaltjahr. Und sie soll ihr Katzenheadset absetzen und dann nochmal fragen. Oha. Was haben alle gerade mit Nova? Hört auf, uns Nova wegzunehmen von der Bescheide. Die Säge muss über das Holz schweben. Wie als würdest du deine Cousine küssen. Pff. Pff, okay. Streicheln. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Gestern mit deinem Dad. Mh. Aber Sascha, ist mein Daddy? Nein, die Kamera war eingefroren. Ich habe vorhin den Gag gegrissen. Nein. Scheiße. Mann. Micky öffnet Post von Zuschauern. Oha, hier ist doch ein Brief drin. Oh Gott. Oh, ich bin gebraucht. Stell dir vor, ich wäre dein Freund. Stell dir vor, wir wären zusammen. Ja. Und du bist mit Nico da am flirten und so. Ich war nicht da flirten. Wir haben einfach nur gegründet. Ich bin doch nicht kein Kelp, Junge. Ich saß einfach nur neben Nico. Das war dein Problem. Aber das Ding ist, man hat an der Körpersprache gesehen, dass ihr... Das lange nicht gesehen haben, ja. Ach, blöd. Alter, lange nicht gesehen und Blowjob oder was? Was für Dings, Alter. Ich habe doch gehört, ich habe geschlafen im gleichen Hotel, Chat. Und ich höre nur so. Kann man irgendwo Clips schicken? Laut Slavik hat Elena bei dir im Hotel Mundsport betrieben. Was? Was lachst du denn, Digga? Alle, die bei Snapchat Flammen aufbauen. Alle, die Rundsnaps verschicken. Oh mein Gott, ich hasse diese Menschen. Löscht euch. Löscht euch. Ihr seid die größten Vollidioten. Ja. Ihr seid die größten Voll-Voll-Ottos. Ja. Ehrlich. Ich habe Snapchat Realtalk gelöscht. Und Realtalk Snapchat ist der größte... Da sind die größten... Da hat man sich gebührt die größten Idioten. Also jeder, der Rundsnaps versendet, löscht euch, Digga. Digga, ich habe halt noch Snapchat, weil irgendwie so ein paar... Mein so... Ey, lasst uns doch nur über Snapchat-Sachen verschicken. Tags verschicken. Und nicht woanders rüber. Und jeder, der Rundsnaps versendet, direkt bannen. Direkt bannen. Wenn da tausend Flammen sind. Das Einzige, was ich mir denke, ist... Was bist du für ein hobbyloser Trottel? Hör auf zu lügen, Kevin. Was war denn gestern Abend? Ich mach... Oh, der, der tat weh. Oh, noch ein Arschbohrer. Let's go. Bro, Kacken, Schildkröten? Wie sieht... Ne, Digga, weiß ja. Wie sieht Schildkrötenkacke aus? So wie Kaninchenkacke? Also, Bruder, damit bin ich... Ah, ich bin über Runte. Let's go. Sag ich ganz ehrlich, nicht so einverstanden. Oh, mein Gott, da sind noch zwei andere Polizisten. Ey. Aber am Wochenende lief ja eh das Mittelalter-Camp. Ich hab echt schon kaum reingeguckt. Ich hab einmal kurz reingeguckt, da hab ich irgendwie Nico singen und tanzen sehen. Da hab ich gedacht, Digga, komm. Reicht das auch wieder, Digga. Erstmal wieder zugemacht. Gibt's doch irgendwie ein Prank oder sowas in dem Video? Danke für deinen Zapf. Abonnier auch du jetzt bei Gigant. Go to one, go to one, go to one. Like. Und wir machen jetzt Folge 63 noch an. Die gucken wir noch. Memo der Profi-Streamer. Reiner. Neben uns sind drei Frauen, ja. So ein bisschen älter wie ich. Und eine... Bro, ich dachte kurz, das wäre seine Tochter. Bro. Ich dachte kurz, das wäre seine Tochter. Digga, guck dir. Also, wenn man nur die Gesichter sieht, man nicht wüsste, wer die beiden Leute sind. Wenn man das hier sieht. Huch. Hatte bis hier hoch so eine High-Waist-Leder-Leggings an. Und drüber, und drüber so ein Louis Vuitton-Gürtel. Und dann setzt sie sich... Das ist so eine Freundin, ja, ich weiß. Ich, äh, auf die, auf die, auf die Armlehne bei der Lounge hin. Und dann guckt der Jens halt die ganze Zeit rüber. Dann sag ich, was guckt schon du so? Sagt er, ja, der Gürtel ist ganz schön. Und die halt mit dem ganzen Arsch in unsere Richtung. Sag ich, was denn? Der Gürtel ist schön, als ob du auf den Gürtel schaust. Doch. Nee, du hast nicht auf den Gürtel geschaut. Ich hab auf den Gürtel geschaut. Du hast nicht auf den Gürtel geschaut. Schau, übrigens. Wie kann es sein, dass Knossi fucking 10.000 Zuschauer hat und sein Greenscreen ist so kacke? Knossi. Hey, Jens. Oh, den neuen Greenscreen, verdammte Scheiße. Das sieht so kacke aus. Doch, die ganze Zeit ihren Hintern angeschaut. Nein, ich hab geguckt, ob der Louis Vuitton und ob der echt ist, ob man das auch kennt. Ja, würde ich auch sagen, gell? Doch, wirklich. Ja, und was noch? Alright. Und was noch eine andere? Aber die sind schon sweet, muss man sagen. Oh, guck mal, wie sie, oh. Oh. Das ist schon sweet, das ist schon sweet. Danke für einen Euro. Nathalie, fang jetzt Fußball an, dann bald regeln einiger. Maya, sei nicht so geizig. Ich hab damals, hab ich... Danke für einen Euro, sagt sie. Und er sagt, sei nicht so geizig. Wer sie? Ich weiß... Alright. Oh, das ist wie eine von Sascha gar nicht gesehen. Alter, Big Baba-Hundi, Digga. Latzo freut sich. What the fuck? Was geht denn? Was ist denn mit Nikolaus? Geil! Alright. Let's go! Alright. Das hab ich nicht gesehen. Achtung. Arschloch, du dummes Schwein! 5 Uhr! Laut, bist du laut. Was geht? Oh! Unangenehm! Au, 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 au. Au, 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 au! Und das ist das, was ich meine, wenn ihr mal bei ihr auf die Instagram-Seite geht, dann seht ihr, Elena, äh, 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 Emma hat ein unglaubliches Blick, äh, nochmal neu. Kennen die diese Fackel-Künstler, diese Feuer-Künstler, die so Sachen? This girl is on fire! Oh, Mom? Überall Flammen und die Feuerwehr kommt nicht dagegen an. Du hast gerade seine Mutter beleidigt, Bruder, ich würde niemals, niemals von dem Zuschauer die Mutter beleidigen. Niemals, niemals. Tu, oh mein Sohn. Du, oh mein Sohn. Es war so predictable, Digga, es war so predictable. Look at this. Look at this. Pose. Trip it. Hard. Watch. Toes. Ja. 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 Also, Bruder. Okay. Bruder, ich sag euch immer mal ganz in kleinen Realtalken, ne? Ich hab den Titel nicht gesehen hier, einfach schöne Achseln, aber ich hab in dem Moment gedacht, oha, schöne Achseln. Ah ja. Ein-Aus-Atmen. Aus-Atmen. Jederzeit in den Pool springen bei mir. Psch, du Idiot. Mensch. Mir geht schlecht, meine Freundin hat losgemacht. Wie heißt ihr auf Instagram, Bro? Fanny? Was? Mir geht schlecht, meine Freundin hat losgemacht. Oh nein, Digga. Wie heißt ihr auf Instagram, Bro? Revi. Äh. Wer liebt? Der Arm. Oh, die sind schon sweet, muss man sagen. Die sind schon sweet. Äh? Äh? Was passiert? Was passiert da? Okay, 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 chill doch. Well, sind die zusammen hier? Das weiß keiner so genau. Also, man denkt so, na, die sind zusammen, aber man weiß es nicht. Das ist ein komisches Konstrukt, glaube ich. Digga, Payne, du hast so einen kleinen Schwanz. Ist insane, ne? Ist insane. Hast du das sagst, Digga? Ich glaube, ich bin es. Ach, Digga, dann fick doch deine Pfeff. Uh, der arme Controller. Los. Äh, yep. Ich muss heute mal vielleicht kurz. Komm jetzt. Der Arme. Warte mal, ich muss aber gucken, ob man hier irgendwie, nicht, dass man eine Klöte sieht, dann ist weg. Ich glaube, eine Klöte ist noch okay. Beine Klöte ist okay. Weil beide Klöten sind ja erst der Hoden. Oh. Das ist, oh. Nein. Doch, ich bin, ich bin, dann bin ich. LOL. Ich habe auch schon mal, ich habe die Hoden schon von beiden gesehen. Aber ich glaube, Drew weiß das gar nicht. Aber Rezo weiß, dass ich den Hoden schon gesehen habe. Schon des Öfteren sogar, leider. Na ja, ne, arbeitstechnisch unbedenklich. Das ist ein Loch. LOL. Man hat aber kein Hobel gesehen, ne? Hat man, Chat, hat man Eier gesehen? Hey, warte. Eine, eine. Ja, eine. Musst du abkriegen, oder? Eine getroffen. Okay. Oh, die kriege ich mal auf. Übergenehm. Die Glocke, damit die auch nix verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonnier kein Konzept. Oder Big Mac, dann den Weg. Digga, das war, das war, das war, ich hab, ich hab gefühlt den Track. Der Track war in mir drin, der ist durch mich durchgeglitten, der Track. Der Track war in mir drin, der ist durch mich.